Okay, Freunde, wir sind bei Part 3 angekommen. Ihr habt abgestimmt, ihr wolltet hier Part 3 jetzt am Sonntag sehen. Euer Wunsch sei mir befehl, liebe Freunde. Schauen wir uns das Finale an von Magician X bei Britain's Got Talent. Wenn ihr Part 1 und 2 noch nicht gesehen habt, klickt die Infokarte da oben an. Schaut euch erst Part 1 an. Da findet ihr dann Part 2 in der Videobeschreibung. Und dann kommt erst hier hin. Wirklich, vertraut mir einfach. Bitte, bitte, bitte. Schau mal, ich hab so viele Mehrerteiler gemacht. Da hat Part 2 jemand mehr Aufrufe als Part 1. Freunde, das geht nicht. Wirklich. Hier müsst ihr erst Part 1 sehen, sonst fühlt ihr das überhaupt nicht. Glaubt mir. Vertraut mir. Und jetzt gucken wir uns das Finale an. Let's go. Magician X im Finale. Let's go. Da läuft ja wieder dieselbe Musik. Da läuft ja wieder Sunshine. Lul. In our best moments, when we listen, we can understand. And when we understand, we can empathize and then we are truly connected. We all have X in us. X is in many ways the best of me as a human being. For my final moments with you, please welcome back to the stage, Ant and Dick. Die zwei, ey. Die müssen gut herhalten hier. Please stand to my left. And Ant, please stand to my right. Okay. That's much better. The right way around. Yeah. In this jar are some of my memories from moments of my life. Ant and Dick. Can you reach in the jar and remove a few memories? Open them up and read them to yourself to verify that what I am saying is true. Okay. Yeah, these are all different. Can you confirm those memories are all different? Yeah, kids. Yeah. Bruno, best film. Wie er einfach schön brav gefühlt nach Skript schon sagt, Die sind alle unterschiedlich. Bevor die Anweisung kommt, sind die alle unterschiedlich? Sag mal laut. Ach ja. Ach, das macht für mich persönlich immer so ein bisschen die Emotionen dabei kaputt, wenn man daran erinnert wird, dass es natürlich alles gewissermaßen irgendwo ein Schauspiel ist, das man sich hier anguckt. Schade. Ich will diesen Moment genießen. Das war für mich wie als Ed Sheeran bei Game of Thrones plötzlich aufgetaucht ist. Weißt du, du bist so in dieser Welt drin und plötzlich sitzt der Ed Sheeran und du weißt, ah, das ist ja gar nicht die Welt, das ist alles nur eine Serie. So, weißt du, was ich meine? Und genau so nimmt das so ein bisschen, ja, dieses magische, mystische daraus. Aber egal, gucken wir mal weiter. Please reach back into the jar and take one single round in memory. But do not open this one until I say. To everyone in this theatre and around the country, I would like to connect us all together. On the screen are squares and circles. Within these I have placed words we should all embrace in our lives. Before we begin, we will mix them. Please look at the screen and choose a circle as a starting point. Now move left or right to the nearest square. Now move up or down. Okay, macht mal alle mit, Freunde. Ich bin bei Care gestartet, sollte dann zum nächsten Quadrat, bin bei Laf gelandet. Jetzt sagt er up oder down. To the nearest circle. Up oder down. Das heißt, das wäre hier in dem Fall Laf bei mir. Let's change it slightly. Move diagonally to the nearest square. Okay, das könnte jetzt Health sein oder Dream. Ich entscheide mich für Dream. And finally move left or right to the nearest circle. Ja, so lande ich. Egal, ob ich jetzt Health oder Dream genommen hätte, ich lande so oder so bei Hope. Och Mann, warum macht er das denn im Finale? Das ist doch so... Das nimmt so dieses Unmögliche. In dem Moment kann sich jeder Nicht-Zauberer, jeder Laie kann sich hier denken, auf welche Art und Weise. So, ah, das muss ja vorziert sein. So, wisst ihr, was ich meine? Och, warum das im Finale? Hm. Also ich bin mir sicher, alle von euch, die mitgemacht haben, für euch wird es noch frustrierender sein. Für alle, die woanders gestartet sind als ich, aber am selben Punkt angekommen sind. So, wisst ihr, was ich meine? Mann, das frustriert mich, Freunde. Oh, das ärgert mich, dass das jetzt im Finale... Er hätte nicht einen anderen Force nehmen können. Okay, ich lande bei Hope. And focus on the word within that circle. Vor allem, Hope war doch das, was in dem Halbfinale ja auch schon das Stichwort war, was auf dem Instagram-Bild am Ende aufgetaucht war. Könnte auch sein, dass ich etwas falsch gemacht habe und mich gerade komplett blamiert habe mit meiner Aussage. Aber so wie ich seine Anweisung befolgt habe, bin ich bei Hope gelandet. If I name the word in your circle, please stand up, if you can. If we have truly connected, we should all have hope. Ja. Weißt du, hier verstehe ich jetzt natürlich auch gar nicht das Ganze geklatscht und applaudiere. Klar sind da Animatoren, die sagen, jetzt bitte klatschen und alle klatschen und freuen sich. Aber ich meine, Leute, das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Schau mal, wir starten bei diesem Bild. Und seine Aussage ist, wir alle verbinden uns jetzt geistig. Wir starten alle bei einem Wort. Am Ende sind wir alle bei Hope gelandet, wenn wir uns alle mental connected haben miteinander. Aber wenn man glaubt, dass egal wo man gestartet ist, dass es immer unterschiedlich gewesen wäre. Wenn man das annehmen würde, dann hätten wir ja alle, alle, alle Millionen Menschen, die das hier sehen, dasselbe Anfangswort nehmen müssen. Ich meine, im Prinzip, der Effekt enthüllt hier ja die Methode dahinter. Ich will mich jetzt gar nicht versteifen auf die Methode. Das ist auch egal. Es geht ja um die Emotionen und den Moment. Klar. Aber ich persönlich finde, das ruiniert das so ein bisschen, wenn der Effekt am Ende die Methode dahinter völlig offen legt. Ah, ich weiß ja nicht. Ich habe gesagt, dass ihr Gefühl habt, dass ihr Hoffnung haben solltet, und das betrifft euch. Aus all diesen Erinnerungen, die du einen randomen選st, öffnest du es und sie lernst. Hope. When all the scenes lost in our darkest moments, we will always have hope. And that is what this has all been about from the very start. This video will explain everything. The last time we were together, it was about my hope at the beginning. Hope. When you first met X at the auditions in Manchester, it was about hope. Even before you knew of X, when we met. Und jetzt kommt die Enthüllung, wer sich hinter X verbirgt. Er war nämlich schon bei Britain's Got Talent, unter seinem echten Namen. Er hat dann nicht gewonnen, aber Britain's Got Talent hat ihn weltbekannt gemacht. Seine Routine da war absolut reinste Gänsehaut. Und ich habe ihn Blackpool getroffen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher weiß ich das? Ich habe mich ja im letzten Teil über Instagram spoilern lassen. Und ja, ich drehe das hier gerade um ein Uhr nachts, okay? When we met, for the very first time, on that memorable day. Ja, da ist er. At the end of it, takes the heart of it, it's the one we know. Takes the heart of it, it's the one we know. So we know, so we know, so we know. So we know, 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 so Wie überrascht sie alle sind. Ja, Freunde, es ist Mark Sperrman. Ich habe mich spoilern lassen auf Instagram. Aber all das überlegt mal. Es geht hier heute um Hope. Die ganze Methode dahinter, wie er jetzt hier Hope aufforciert hat, auf uns alle. Okay. Wichtiger ist natürlich, er hat in das Glas gegriffen und einen Zettel mit Hope rausgezogen. Alles schön und gut. Aber das Stichwort Hope kam in der Runde davor ja auch schon vor. Das hatte ich ja auch schon angemerkt im Halbfinale auf dem Instagram-Bild. Da, Hope. Es kam in der ersten Runde vor, Hope. Und es kam vor damals bei seiner krassen Routine, bei der er auch noch mehr mit Foreshadowing gearbeitet hat. Da hatte er Jahre vorher bei der Geburt seiner kleinen Tochter schon hier das Wort Hope mit im Kinderbettchen liegen gehabt. Bei seinem ersten Auftritt, hier steht er, Mark Sperrman. Das war, glaube ich, 2017 bei Britain's Got Talent. Völlig verrückt. Krasse Gänsehaut und wunderschön, wie hier der Soundtrack mitspielt. Die Emotionen hier. Einfach unglaublich. Ich habe wirklich absolute Gänsehaut gerade. Das ist wundervoll gestaltet. Wirklich wundervoll. Dafür liebe ich Mark Sperrman. Aus diesen kleinen Dingen etwas Bedeutendes zu machen. Wundervoll. Es war immer über Wundervoll. Das war unglaublich. Ja, den Mark Sperrman, den hatte ich im Blackpool getroffen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Puh, das war krass, ey. Wenn wir auf den Britain's Got Talent Channel gehen, dann sehen wir And The Winner Is hier in der Top 3 auf jeden Fall mit dabei bis zum Schluss. So, wir leften mit Colin Thackeray, Ben Hart und X. Der Publikum chose euch als dieses Jahr's Final 3. Aber nur ein von euch kann hier sein als gewinner. Der 3. Platz in Britain's Got Talent 2019 ist... Ben Hart! Okay, 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 okay. Alles schön und gut. Er war schon so nah dran vor zwei Jahren. Und jetzt ist er hier wirklich unter den letzten zwei. Colin Thackeray! Ja, keine Ahnung, wer das ist. Ich hab's, wie gesagt, überhaupt nicht verfolgt dieses Jahr. Ja, gewonnen hat er leider nicht. Aber einen schönen zweiten Platz und tolle Publicity definitiv. Er hat hier richtig schön einen Mythos um sich aufgebaut, wo zuvor gar keiner war. Hut ab, ey, dickes Kompliment. Das ist Showmanship. Das war für mich Drama. Das war richtig, richtig spannend für mich. Und es war eine tolle Reise, bei der ihr mich natürlich mitbegleitet habt. Wir haben uns das zusammen hier angeschaut. Ich bedanke mich, dass ihr mit mir zusammen euch auf diesen Weg gemacht habt. Ich bedanke mich bei allen, die nicht vorher schon nachgeguckt haben, wer ist denn jetzt wirklich X. Sondern die auf mein Reaktionsvideo gewaselt haben, um mit mir zusammen diesen Moment der Enthüllung zu erfahren. Kurz nochmal Feedback zum Act. Wenn man die ganze Vorgeschichte nicht kennt und all das jetzt mal weglässt, finde ich, war das von den drei Acts, die wir jetzt gesehen haben, der schwächste. Wenn man jetzt aber die gesamte Historie betrachtet, ja, die ganze Vorgeschichte, dann ist das natürlich ein riesiges, riesiges Stück Gänsehaut für uns alle. Toller Moment. Ich habe das definitiv sehr gefühlt und ich bedanke mich auf jeden Fall bei Mark Spellman dafür, dass er so tolle Emotionen in mir und ich denke auch in sehr vielen von euch hervorrufen konnte. Jetzt müsst ihr nur noch drei Knöpfe drücken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Den Daumen nach oben Knopf, den Abonnieren Knopf und den Glocken Knopf, denn sonst kriegt ihr überhaupt nicht mit, wenn ich was Neues hochlade. So tickt YouTube leider. Dankeschön für euren Support. Bis dann, euer Matti und ciao. Bis dann, euer Matti und ciao.